hallo meine freunde und herzlich willkommen endlich zur auflösung des 200 abonnent gewinn spiels die ursis werden endlich aufgelöst ich habe hier den random comment picker für euch am start der link ist schon drin es sind neun kommentare ich habe gerade eben auch schon mal getestet da kann ich dabei auch raus also wenn ich dabei rauskomme natürlich nicht und dann ja link ist drin niemand doppelt und dann starten wir den shovel start und unser erster gewinner ist die eule glückwunsch ich will schasam an dir und find feinkontrolle also gehörenkontrolle mehr brauche ich nicht okay das ist eine karte das heißt wir können noch einen gewinner ziehen und zack und drumherum haben wir tiresol also ich hätte dann irgendeinen natürlich natürlich nur wenn ich einer von den gewinnern bin wartet mal kurz das heißt die gehörenkontrolle geht schon mal raus und ich nehme mal irgendeine random noch ja die halbschatten kriegerlady das heißt wir haben aber noch neun ultis im rennen würde ich sagen ziehen wir noch einen zack und ich komme raus das zählt natürlich nicht wie schon gesagt hatte ich mich für die kommentare in dem video bedankt dritter gewinner ziemlich einfach zweimal selber hintereinander läuft komm schon silvia palmi mein sohn würde sich sehr freuen dankeschön habe keine ahnung doch den dunklen marcher kenne ich der wäre toll alles klar das heißt dunkle magia ist auch raus und dann machen wir noch einen wir haben schon drei gewinner war mein ladebau ey ich würde wirklich gerne gewinnen und mir ist egal welche ich bekommen würde dass den leuten das einfach egal ist verstehe ich manchmal gar nicht marmeladeboy kriegt die chitonien anjanz zack nächster gewinner ziehen nochmal marmeladeboy komm schon wir haben ja noch so viel am start der teilzimmer hat ja schon gewonnen genau wie marmelade und der gewinner marcel ist cyberbeschwörungssprenger gehirnkontrolle dunkle magia und chitonien allianz bitte warten sie ok ok wir wechseln mal die chiton allianz aus bei dem einen die leutenkontrolle ist ja schon weg der überschwörungssprenger ist ja noch da zack die eule kriegt die gehirnkontrolle die eule kriegt die gehirnkontrolle tiger zombie kriegt halbschatten kriegerlady marcel s äh ne marcel s hat ja gerade schon marmeladeboy genau kriegt gerade das super antiken organismus und habe ich gerade den namen vergessen kriegt die dunkle magia ein ulti wir haben hier aber noch welche am start freunde zack wir ziehen so viele gewinner bis wir genug hier raus haben und ich zieh mich ein drittes mal geil ach was ist das komm schon komm schon komm schon oh gott hat auch gewonnen ich würde gerne gewinnen welche karten rauskommen bis es mir recht egal die gehirnkontrolle werde ja schade mein lieber die ist schon weg du kriegst natürlich als ne du kriegst die super scharke samurai so und den combo meister dann würde ich sagen die einen bekommen wir haben noch hier drei ultis zur auswahl die kriegen einfach noch eine dazu die nur eine haben das heißt wir halten fest gehirnkontrolle und gladiatorngorrier esedari gehen an die eule cyberbeschwörungsprenger und chitonien chitonien allianz gehen an marcel s dann haben wir halbschattenkriegerlady und zyklonklinge gehen an tiger soul und dann haben wir genau marmeladeboy der kriegt kraft des superartigen organismus und den turbo krieger guck Gott die guckon guckon der guckon einmal eine helden barriere und super starker samurai kriegst er Susan Novo und von dem ich namen vergessen habe bekommt den dunklen magian ulti ja das war es soweit zum gewinnspiel das heißt wir haben ein zwei drei vier fünf sechs gewinner gezogen meine freunde die sich über ulti freuen dürfen das war es mit der auflösung und ja danke für die 200 abos beste community der welt wir sehen uns bald wieder ich mache jetzt noch einen livestream seid dabei haut rein und ciao